Mein Bayern erleben mit Emmentaler von Goldsteig-Käse-Spezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Wir sind kurz vorm Start in die Herbstferien. Und für alle, die noch nicht wissen, was wir jetzt am Wochenende unternehmen könnten, sollten, wollten, da hat Carmen Solle jetzt wieder sieben ganz unterschiedliche Tipps. Da geht es heute um Gruselspaß für die Kleinen. Ich sage nur, Halloween kommt auf uns zu. Bis zu spannenden Einblicken in die Wissenschaft und vieles, vieles mehr. Kommen, entdecken, staunen, erleben ist das Motto der Erlebnisnacht im unterfränkischen Mellrichstadt. Ein Abend voller Musikaktionen, Kultur und Shopping. Einen schaurig schönen Spaß für Kids gibt es am Samstag bei der Geistermeile im oberfränkischen Pegnitz mit Gruselschminken, Mitmachaktionen und Kürbisschnitzen. Viel zu entdecken gibt es bei der Messe Konsumenta in Nürnberg. Hier bekommen sie Infos rund um die Themen Bauen, Lifestyle, Trends, Kulinarik und Mobilität. Können Katzen schreiben, das beantwortet die Nacht der Wissenschaft in der Oberpfalz. Die Technische Hochschule Amberg-Weiden öffnet ihre Türen. Von L'Orient bis Pop-up-Poesie reicht das Angebot der Kulturnacht im schwäbischen Günzburg. 25 verschiedene Veranstaltungen laden Kulturfans morgen Abend ein. Europas größte Messe für Mineralien, Fossilien und Edelsteine lockt nach München. Bei den Mineralientagen treffen sich Schmuckfans, Sammler und Dino-Fans. Auf geht's zur Familiengrusel-Gaudi ins niederbayerische Reisbach. Der Bayernpark verwandelt sich in eine herbstlich schaurige Landschaft mit vielen Attraktionen. Alle Veranstaltungstipps auch auf satteinsbayern.de Mein Bayern erleben mit Emmentaler von Goldsteig-Käse-Spezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Wildsteig-Käse-Spezialitäten 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 Vielen Dank.